Geht ja zum Glück recht fix jetzt. Wenn ich noch an die Anfangszeit denke, wo man schon eine Weile gewartet hat, bis man ins Spiel joinen konnte, das haben sie jetzt gut hingekriegt. Das heißt jetzt ist ja schon eine ganze Weile so. Neue Map, keine Ahnung. Wo bin ich da unten? Ich sehe ja immer einen Blitz sicher, wenn ich die Map aufmache zum ersten Mal oder so. Ach, das war hier unten bei deren Chip hier. Das war vorhin, das war ja vorhin der Spot, wo der die Quelle gefunden hat. Das sind wahrscheinlich noch Restbestände. Geht es jetzt gleich los? Geht schmackers. Geht schmackers. Keine Ahnung, woher die Gegner ist geworden. Achso, ich mach doch mal eine Tür. Hä? Okay, kann man aufmachen. Geht es jetzt noch Willen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ich die looten? Ne, irgendwie nicht. Doch, doch, kann ich. Scott fehlt. Jetzt habe ich nicht wirklich was für Reichweite dabei. Oh, habe ich mich erschrocken. Doba Minion. Oh. 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 Nö, hab ich nicht. Warum sollte es ein neues Discord haben? Er ist da. So, da ist er. Ach, du hast hier so einen verschlüsselten hier, den man nicht sieht. Ach so, den siehst du nicht, ne? Nee. Ach so. Dann kann ich dir ja mal die rechte geben und die linke dazu. Ja, gib mir erst mal die linke und dann kannst du mir die rechte geben. Muss ich erst mal ein bisschen anpassen hier. Sag mal was. Soll was sagen? Was soll ich denn sagen? Ja, passt, passt. Sieht gut aus. Okay, ich mach bloß noch schnell hier Dings zu Ende. Nee, aufhalten. Aber du weißt ja, ne? Wo kein Eis liegt, kannst du schnell laufen. Ich renne ja schon. Witzbold. Er kommt wieder mit den guten Sprüchen. Aber ich hab nichts auf Distanz. Wollte ich denn mal Dings starten, Hand? Den hab ich ja schon ewig nicht mehr. Ach so, ich dachte, du hast es schon. Ich hab gestartet und mir mal Waffen angeguckt, aber gespielt nicht. Mhm. Waffen angeguckt. Ich hab schon ewig nicht mehr. Es ärgert mich schon, dass ich die Events nicht mitgemacht habe. Da gab es schon ein paar schicke Sachen. Ah ja, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Ja, das ist schon ärgerlich. Ich sag mal, New World war ja jetzt auch nicht gerade mal für fünf Minuten. Nee, da hab ich auch über 700 Stunden. Kann sein, dass du mal eine kleine hörst. Weiß ich nicht, hörst du die? Nö. Ich sag mal, im Stream, da bin ich Gründer. Was bedeutet das bei dir? Gründer? Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du einer der Ersten, die mit an meinen Streams teilgenommen haben, sozusagen. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Immer, wenn ich dir gestern geschrieben hab oder sonst immer, hab ich da ein Icon davor und da steht dann immer Abo Gründer oder irgendwie sowas. Du müsstest aber jetzt, glaub ich, VIP sein, Oma. Wo ist denn der jetzt hinten? Warte, da rennt er hin. Ich schreib mal, mein Lieben. Guck mal. Ich schreib mal Hallo. Wenn man die Mad nicht kennt, ist Kacke, Mann. Ja, ja, VIP und dann noch Gründer im zweiten Monat. Aha. VIP, was ist VIP? Na ja, sind so, da hast du so ein paar Vorteile, dass, da musst du nicht, ähm, kannst du links posten, zum Beispiel, obwohl das jetzt generell nicht verboten ist bei mir. Und so andere Kram halt. Ach, die hast du mir gegeben? Dann, dann, ah, okay. Der Mann ist aktiv. Gründer? I don't know. Keine Ahnung. Gründer? Puh. Ich muss bei den Indianer loswerden, deswegen spiel ich mal irgendwelchen Peelen. Okay. Mit Schalldämpfer? Warte mal jetzt, Pascal. Oh man. Geiler Sau, du. Das ist schon Nummer 3, die ich hier wegrasiert hab. Geiler Typ bin ich. Sie ist die Anmut selbst. Danke, Trupa. Ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich überhaupt noch nie erlebt habe. Ich muss die Kiste an meine Frau erst mal zeigen. Ach, herrlich. Ich seh' dich einfach zu gerne in Frauenkostümen. Warum machst du nicht so, ähm, kann ich reden oder stört dich das gerade? Ist gerade ein bisschen, heb's dir auf, bis gleich. Okay, wenn ich's nicht vergiss. Da kommt gerade was. Man metert sich selbst weg. Oh man. Das war's für heute. Alter. Mit der Steuerung wieder klarkomme. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's jetzt gesehen, aber ich glaub schon, dass du den umgeniedert hast. Du warst voll drauf. Ach man, das war so ein schöner Tanz. So, Doppard, kannst du erzählen? Wolltest du irgendwas erzählen?